moin leute willkommen zurück zu the forest in der unterwasserhöhle mit schnorra so weiter geht's so kann hier noch was die sind leer genauer dynamit hier geht es auch lang wo geht es auch passend das hier helfen kann man ihren gehörten drauflegen oder sieht aus wie so ein alter und stein alter der tür aufgegangen leute leute um das war gewichtet das ist dann vielleicht erst mal dann hierhin gehen er denn das immer wieder unternehmen ach das geht nicht da gibt es auch lang oder nee wo waren das irgendwo bin ich doch gerade diese diese oder nicht mehr oder die jetzt bloß genug wieder in die wasserhöhle als der gleiche aufgaben ist die okay alter was ist das denn bitte ich weiß nicht ich habe angst im verwassenen metall tür ja und du brauchst es unter wasser wirklich was liegt darin ist auch das hier sind ganz viele zelt du brauchst es unter wasser wirklich die lampen scheinbar hat das ding selber nicht ja ich würde sagen und zwar hell so ich gehe erst mal hier zu den leichten alter die immer hier ob hier ist ein buch oder sowas die bilder guck mal hier so und was angemalt hier kannst du eine bibel aufheben ne hier guck mal hier sind ganz viele bibeln hier ist und was what the fuck und dann angemalt die ganzen gläubigen hier und abhauen kann man das nicht hier liegen auch lauter bibeln was ist das denn bitte das ist Timmy bestimmt aber die bibeln kannst du die aufheben oder ich konnte drei stücke dass ich gerade aufsammeln tatsache aber nur zum angucken also nicht reingucken oh hier ist ein feuer ich mache mir mal gleich was zu essen ich hoffe ich habe ich habe noch irgendwas verdorben 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 das ist toll hier ist noch mal trink 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 ich mal auch was ich hoffe ich habe ich muss wieder was futtern zum glück habe ich noch hier noch gerne hier ist noch mal so ein kanister für deine kettensäge aber ich hatte voll glaube ich kann man die aufmachen ja was so neuer stoff drin stoff wirst du kannst du ein paar sachen von medizin also mitnehmen aber tausend stoff ja ja das ist ja auch leichter das ist noch ein bildstoff brauchst du ja für fast alles von dem mutant ist hier ein bild und eine volle flasche und eine achse ist ja auch noch stimmt hier ist noch mal so das viecher da kannst du denn sachen wegschmeißen hier von den druckfläufig etwas ins notizbuch eingetragen ok aber unter notizen bei mir bringt jetzt unfassbar auch mit den bären macht das sind die neuen pflanzen das foto mit trainiert klatscht wo sehe ich denn das noch mal ganz rechts tatsache stimmt jetzt haben wir zwei fotos von dem vier das eine seine zelt oder ist das eine ist die zeichnung das eine ist ein foto ich frage mich hier geht es noch wieder weit runter die faust da wozu diese tür zum abschließen quasi und dann diese spätenden fuzzis hat die tür zum abschneiden das hier überhaupt weiter ja du kannst hier noch tauchen wieder sicher hier ist doch wasser ja das heißt ja nicht dass man da tauchen kann doch jetzt die mehr ist ja jetzt hier eh nicht ne das wundert mich so ein bisschen was hat uns das jetzt auch guck mal nach oben hast du das schon gesehen und hier kannst du richtig tief tauchen geht es da weiter sieht so aus ja wo ich habe noch was gefunden hilft hat ein heft du musst noch mal zurückkommen komme ich hier schon hoch hier ist auf jeden fall noch mal ein loch guck mal die decke an ja das ist das was die ganze zeit leuchtet wo hast du hier ein heft noch hierunter bin bin es leiden stone oder so da muss ich das dinge wieder einst du die flasche da noch eine packt weil ich habe ja noch genug ja eigentlich war die drei flaschen aber die frage ist ob alle gleichzeitig benutzt du bist du schon rein ja auch wenn ich das bin jetzt schon bei mir ist das zur hälfte weg hat bei mir ist vielleicht ein fünftel weg ist da bei dir eine neue flasche vielleicht to-do-liste aktualisiert wie sie wissen jetzt von mir hatten du kannst du auch schneller schwimmen geht ja vielleicht hast du deswegen ja luft verbraucht ist ein seil was ein seil hier geht es hoch ich bin aber eben erstens hier kannst du hoch schwimmen ja ich weiß ich bin ja gerade dabei hier ist ein seil vielleicht kommen wir doch nicht hier waren wir doch bestimmt schon ja ich glaube auch oder da müssten wir doch das leuchtende ding im wasser wieder sehen da war da in der höhe aber ich sehe nicht so wir können ja erst mal hochgehen wissen was ich ausprobieren möchte beim schiff ob da irgendwo was zum tauchen ist beim seegeboot aber es geht hier nicht direkt raus ist ja auch schon wieder kalt ja aber ich glaubte wenn es die höhle war dann waren müssten wir auch zweimal hochklettern wie ist das nicht ich habe schon wieder hunger und jetzt auch hier kann man auch tauchen wieder scheint doch ein anrödel zu sein sieht irgendwie anders aus ja da waren wir hier auf jeden fall nicht hier gibt es wieder bilder zum angucken und noch ein snack wird uns vorher gibt es hier hey jetzt übelst dich hell auf einmal lol ich habe feuer angemacht jetzt noch mal ein bild mit einem x an so einem zelt ja vielleicht hier zum sprengen oder sowas wird das kann sein ja also müssen wir die ganzen eigentlich erst noch mal bevor wir jetzt hier hier noch mal tauchen wollen wir erst mal unten noch mal gucken in der höhle da ging es ja auch noch weiter da ging es weiter da ging es doch noch ein stück weiter vielleicht nicht viel aber vielleicht gibt es da noch was zum sammeln und hier geht es doch noch richtig viel weiter ja ich habe sich genau geguckt aber ein schädel habe ich jetzt noch eine sammelt falls wir noch mal ein brauchen das ging richtig weiter da und vor allem die wie verzweigt das hier auch mit den tauchenden ist ja ja ich muss unbedingt jetzt was futtern das ist ja krass was sie futtern muss also bis jetzt wissen wir ja noch nicht ob die verbunden sind die hüllen essen es kann natürlich sein mal so ein schokoriegel dass die durch das wasser auch mit teilweise miteinander verbunden sind ja ja die frage ist ob sie wirklich verbunden sind weil wir jetzt da die die tür aufgemacht kann man jetzt nicht vorstellen dass man dann von woanders hierher kommt ja irgendwo müssen wir jetzt landen aber vermutlich im schlund würde ich jetzt sagen irgendwie meinster ich wüsste sonst nicht so jetzt kann man die map nicht aufmachen wo wir jetzt ankommen sollten übrigens diesen strahl den du da immer siehst manchmal welchen strahl das ist das messer was er in der hand hat welcher strahl wo du meintest dass da so ein langes viech vor dir war mensch habe ich hier bloß verarscht wo geht es denn hier weiter hier ist ein e zum rausgehen ach so ich würde gerade sagen ach so hier ist so ein mini-loch wo er jetzt hoch taucht also landen wir jetzt an der oberfläche ja siehst du das habe ich doch schon so oft vermutet dass hier irgendwo noch was ist wir sind hier in dem see 0 wo kommen denn die enden auf einmal her guck mal da ist ein seil jetzt das ist ein ausguck ja aber da ist doch ein seil der kann so klettern hier ist so ein schnelles seit wann gibt es denn hier in gute frage oder hinten sind schon wieder welche ich weiß jetzt gerade gar nicht wo wir hier sind seile pfeile aber wieso klettert er jetzt hoch bist du denn ich bin hoch geklettert was soll du bist hochgegangen die setze feine nimmt der bis so ambrus bolzen ich frage mich gerade wo wir dann überhaupt haben sagt mir gerade gar nicht der ort hier okay aber dann hat was haben wir denn jetzt hinter der tür da groß bekommen nichts oder eigentlich nur die bibeln und aber wir werden von hier aus auch hingekommen alter die enden machen übelstlichen geräusch wenn die losliegen da dachte ich was ist denn hinter mir für einen riesen vieh aber dann gibt es 100 pro noch andere worte wurde runter tauchen kannst also höheneingang mäßig also bei mir ist er jetzt bei also ich habe nur noch ein viertel an meinem tauchern ich ziehe das jetzt wieder aus dass mir zu blöde aber hier noch die pfeile holen nein als statt die aufzusammeln geht da wieder runter ich baue jetzt ja ich war auch mal eine signalflagge nach damit wir wissen dass es ja aber ich habe keine steine das gibt es doch nicht hier ist eine da ist eine letzte doch hier auf der seite bauen können wo hier auch das ist so ein schnutzpiepe ja jetzt sagst du so einfach ich mach das blau dann wissen wir wasser vorliegen wo sind wir denn jetzt hier überhaupt rausgekommen da hinten ist schon da ist schon wieder dass der eisberg ist hier vorne nicht ein höhleneingang eine markierung hier vorne tatsache kommen wir doch da gleich rein oder wozu da waren wir doch schon drin ja wegen wasserhülle und so vielleicht geht es ja weiter theoretisch müssen wir doch ach das war der see wo dieses boot war welches boot hier dieses kleine mini holzboot wo nichts drin ist theoretisch müssen wir doch jetzt in jede hülle wo wir schon mal drin waren müssen wir wieder rein um zu gucken weil es waren doch mindestens von drei von fünf hüllen war doch noch im wassergang hier ist auf jeden fall scheinbar wasser und das könnte auch von der decke wieder leuchten hier geht es doppelt runter ja ich glaube das ist eine von den ersten hüllen wo wir drin waren dann noch kann das sein sich gar nicht halt nach ich auch nicht hier ist noch mal ein seil ach das war die scheißhürde ok sowas sagt dann auf der karte etwas runter sprung sagte die höhen karts die er gibt näher noch unten und ein bild oder so hieß papier das hat mir nie aufgesammelt was aber nicht aufgesammelt snacks 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 futtern futtern medizin oder snacks kann ich gleich noch mal was futtern so ein stock noch mitgenommen genau hier sind wieder babies aber ich glaube fast das ist keine tauchhöhle aber mal gucken ja weiß man ja nicht ging auf jeden fall ziemlich weit runter es war ein verschlag wieder hinter ach ich weiß welche das ist da sind wir nämlich von der ganz genauer von der richtung gekommen hier kommen noch mehr baby hüpfen die jetzt nicht scheinbar nicht eure mama liebt euch hier geht es nämlich dann um mich auch noch mal lang aber zwei wege hat er dann wirklich hier alles neu hier geht es auch noch mal runter ja ich weiß das sagt auch zwei wege siehst du hast mich zwar einfach mal ruhig gar nicht erzählen auch hier geht ja noch mal lang gehen wir mal runter das ja auch noch mal das sollte aber runter mal vorliegen wenn du hier auf den auf den schädelhaus spritz schön das blut guck mal wenn ich auf den schädelhaus dann spritz voll das blut ja krass oder hier haben wir mal gesprengt das müsste nochmal das ding kommen mit dem sprengen war noch zwei eigentlich wundert mich dass da ne da ist ein kleiner spalt bis hier ein bisschen wundert ist dass er dann irgendwo was neues bauen und dann wieder nicht und da wieder und dann nicht was mich so ein bisschen wundert ist dass er da mal wieder was und dann da wieder nicht und jetzt habe ich bei so das ist das brot hier wieder also müsste eigentlich doch hier das große vier englisch sein aber scheinbar nicht das meine ich ja mit dem sporn vorne da die sind da war die hinten dann nicht komisch ist ja auch da aber hier hinten dann ist wieder kinder ja die weißt du jetzt ob lassen sage ich jetzt noch ja gerade gesagt aber also hier geht es nicht weiter und wie nein nur das seil hier war glaube ich auch nichts mit wasser weiter wo man tauchen konnte ja aber dann wissen wir das ja wir müssen uns irgendwie die höhlen jetzt eigentlich markieren dass man das war da schon waren und nichts wasser ich habe zum beispiel weil sie mir das dann nicht auf der map beim hochklettern ist ja auch aufgefallen ist hier und wie was dass der pilot hier das ist doch kein pilot das ist doch wohl ein pilot werksteiger auswüstung das letztes mal warum ist hier zu viel wasser oder gibt es jetzt was zum tauchen aber ob es jetzt wirklich zum tauchen ist weil hier sind beide zwei umgedreht weil es für uns nicht weiter geht nein sind hier ist ja auch zum speichern wir sind doch von hier runter gekommen wir können irgendwo wieder hochklettern bei den zelten bei den zelten wo wo hier war das ja hier doch hast recht hier vorne ist es sie ist aber da hier feuer ist können wir hier bestimmt ich erst mal speichern mal würde ich sagen und da können wir es noch folgen prüsten machen wir machen folgen prüsten können wir folgen prüsten machen aber erst mal sprechen hier speichern ja gespeichert habe ich schon so wollen folgen können sie machen und jetzt oder in folgen prüsten machen also das bei ich erst mal hoffe aufgemacht du kannst ja erstmal noch speichern dann machen wir folgen prüsten gut dann immer noch die abo abos anleiten dann bis zum nächsten mal spitze bedankt mich